Servus, ich bin unterwegs auf dem Filztal Trail. Den habe ich vor ein paar Monaten oder Wochen geplant. Die erste Etappe, auf der ich jetzt unterwegs bin, die habe ich schon mal gefahren, vor zwei, drei Wochen. Da bin ich gleich am Ende, zwölf Kilometer noch. Dann geht es auf die längere zweite Etappe, die dann gut 100 Kilometer lang ist. Der Trail geht meistens auf solche Schotterwege, mal ein wenig gröber, mal ein wenig drüber. Nicht so grob. Ein, zwei, sage ich mal, schwierige Prüfungen, die dann mehr oder weniger querfeldeinfachs gehen, so wie jetzt gerade. Kann man eigentlich bei jedem weder fahren, für die. Was man auf jeden Fall drauf haben soll, ja, Endurobereifung. Man kann es natürlich auch mit Straßenbereifung fahren, aber dann muss man aber schauen, dass es ruck ist, weil es wirklich ein paar Stellen gibt. Und da geht es ziemlich matschig zur Sache. Also bis gleich dann. Auf Etappe 2. 4 5 4 5 5 6 Das war's. 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 Das war's.